vollgeld sehr schön und diese wahnsinnigen intro oh gott nein es ist wie ein drogen drogenwahn ich hoffe es ist nicht zu laut dieses gesamte spiel ist ein einziger drogen trip heute schon mal drauf worauf habe ich mich eingelassen ja sehr schön und damit grüßt willkommen zu katamari damachi reward auf dem pc beim namco drücken enter und kriegen erstmal gleich tutorial das ist der könig lange nicht gesehen wir dachten heute wäre ein vorzüglicher tag zum rollen bis nicht rollen oder was der katamari der prinz nach dem ersten rollen und für das zweite rollen einfach rollen 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 allein zu diesem zweck haben wir uns die mühe gemacht dieses universum zu erschaffen der king of our cosmos hat sich die mühe gemacht uns die möglichkeit zu geben katamari zu rollen ganz allein dafür deshalb wollen wir dass du angängst zu rollen aber vorher noch ein paar dinge mag der prinz vibrationen ne mag er nicht damit meinen wir rütteln und schütteln nein ich hasse das sanft und ruhig gefällt mir am besten ich liebe es au naturell wenn du das so sagst und so erklärst dann hätten wir jetzt einstellen können controller wahrscheinlich oder tastatur und sind automatisch dass du eingestellt naja dann kannst du die vibrationsfunktion mit dem v auf die tastatur einschalten oder ausschalten dass die tastatur dann vibriert oder was holy cap alles klar ja bestens wir sehen uns später ok haben wir ein kleines tutorial mit w und i rollen wir nach vorne na toll und wechseln nach links wie ok so machen wir das nach links gehen wir so erstmal die störung kapieren ok ja das kriege ich mittlerweile hin das gehe ich schon hin so nach vorne rollen und das ist so mal schauen ob ich die störung kapiere das ist ein bisschen seltsam nachrichtsröhen eigentlich brauchen wir nur das das müssen wir kapieren als andere wir können ja umstellen also also wie i d und l kommen wir hier also hier ah ja ob ich nach links sollen wie i a und j werden wir nie brauchen ich denke wir werden jetzt mal mit w und i w und i und mit w und i werden wir klarkommen das ist ja die restlichen superpowers werden wir nicht brauchen b und k schneller spurwechsel ja wird mir die zeit lassen seitwärts rollen ja vielleicht auch mal zu bremsen und die gegengesetzte richtung oh die musik die nervt extrem so und jetzt in die andere richtung s und k ok so bremsen war alles klar meine güte das ist wirklich grenzenwürdig sehr gekonnt und so elegant bezauberend und es wird ganz anders im kopf wird auch gerade anders im kopf durch die melodie ich wünsche mir mal einen musikwechsel bezaubert und es wird ganz anders im kopf die nächste herausforderung stürmisches rollen stände drehung umsehen und springen pass aber auf beim umsehen und springen das ist gar nicht so leicht wie wenn du schnell rollst wir sehen uns später ok 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 cool cool glaube ich nicht das ist gar nicht und gucken können wir schnell kurven können wir so und springen können wir so oha zurück ok das glaube ich noch nicht ganz ok ok wir müssen die strukturier schnell mal schaffen ok schnell mal schaffen ok ich habe das schon irgendwie ok 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 sehr schön fantastisch absolut fabelhaft fantastisch schön andere musik ok 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 absolute wahnsinn wahnsinn ja auch im positiven sinn aber auch im negativen sinn es wird ja seltsam nein das war tatsächlich kein traum wir haben es geschafft der kink auf kosmos hat es tatsächlich geschafft ein mitsternen überseeter himmel wir haben ihn kaputt gemacht ja wir waren ungezogen sehr sehr ungezogen wer war es es tut uns furchtbar leid aber ganz unter uns es fühlte sich richtig an wir könnten uns nicht mehr richtig erinnern aber wir befanden uns wohl direkt im wohligen Schrocken von unserer Natur wir haben die Schönheit aller Dinge gefühlt und die Liebe die alles durchdringt genau so war es hast du das gesehen wir haben aufrichtig gelächelt hast du das gesehen die Sterne funkeln mit ihrer perfekten Schönheit das bin ich hier vorlesend es gab einst so viele von ihnen dass es fast schon ein Ärgernis war aber nun gibt es nichts als Dunkelheit aber es ist nichts weiter als ein Traum aber ein richtig schöner Traum A B E R dieser fantastische magische Moment verflog er hat sich gänzlich verflüchtigt wir kamen wieder zu uns und stellten fest dass alle außer sich waren selbst der King of all Cosmos wurde nicht von ihrem Zorn verschont und glaubt mir alle waren unglaublich wütend aber egal kleiner Prinz beeil dich und bringe den wunderschönen Sternen immer zurück unsere Probleme sind auch deine Probleme klar nur wegen uns liebst du und wir fordern diese Schuld nein verstanden Hand in Hand wie immer ja wir fahren mit der Sohnbeziehung schlechthin klar also los mach dich an die Arbeit schick die Sachen zur Erde schick die Sachen zur Erde da sind wir die Erde und wie immer randvoll mit Dingen hmm hmm arg so mickrig du bist ja immer noch so klein wir haben nicht das aller geringste von dem Stern bemerkt was ist das der Körper dieser Statur soll das wirklich unser Sohn sein aha dann jetzt verstehe ich wachse und wende größer während du den Kitamari holst trainiere und wende größer und stärker ganz recht erwarte nicht einfach mit dem Rolltreppe auf den Thron käft zu werden nur weil du der Prinz bist oh wie transierend wenn du das erste Mal auf der Erde bist musst du dir noch keine Sorgen um die Zeit machen wir werden dich abholen wenn du wenn der Kitamari 10 cm groß ist oh da fällt mir noch etwas ein hier kreuchen und fleuchen viele Dinge umher und sind meistens im Wege wenn dir etwas von hinten auf deine die Pelle rückt siehst du unten links den Alarm du solltest besser nicht mit etwas neben die Lebendigen zusammen stoßen aber mach dir deswegen vorerst keine Sorgen das Spiel endet es deswegen nicht gleich also entspann dich und rolllos viel Erfolg Prinzenzwerg ok oh ist doch dasselbe das war der das erste Objekt das wir jemals aufgerollt haben oh jetzt fühlen wir uns ganz gerückt das sollten wir ins Tagebuch eintragen ah ja wir können es wahrscheinlich auch noch nicht oha jetzt habe ich den Bleistoff drauf gehoben oh oh ist doch dasselbe besser ok der nervt oh runter gehts ein Soldat haben wir aufgeroben ok ein Stecknadel hier können wir eine Kirsche aufheben dann gibt es noch neue Sachen aufzuheben ok die können wir nicht aufheben ist das eine Schokolade oder ist das ein Spielklotz wir lassen uns noch Zeit und nein wir verlieren aber wieder was dann können wir rückwärts rollen ok irgendwo macht den Kleistermeister Würfel es ist Kastanie können wir den Lippenstift schon mitnehmen die Beeren können wir nicht mitnehmen ok ich stecke ein bisschen oh nein ok Lippenstift können wir nicht mitnehmen oh nein ich habe mich gegengerollt ok die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig sehr gewöhnungsbedürftig ok ok 6cm groß sind wir schon wir verdienen auch ständig Sachen müssen wir mal ein bisschen aufpassen oh ha Kecke können wir mitnehmen 7cm jetzt können wir hier Kekse sammeln sehr schön Nagellack, und Erdbeeren, und Kirschen, keine Kirschen, nochmal Lippenstift, und Nagelknipse Kekse können wir noch nicht mitnehmen, ok, das ist auch noch nicht, ok, wir werden wieder kleiner, das ist noch Keks, Kekse, Rarnadel haben wir gefunden, sind noch ein bisschen bis zu den 10 cm, 1 cm um genau zu sein, 10 cm, juhu, wie kommst du voran, Prinz, wie ist das auf der Erde, Nana, du hast einen 10 cm großen Katamari erschaffen, fabelhaft, das hat ein Wedler vergessen, du hast also fast alles an den Licht, oder etwa nicht, die Lebewesen auf der Erde sind sehr zuvorkommt, und werden dir helfen, sie werden dich alles aufrollen lassen, und dich dabei anführen, und dir sogar zuwinken, aber lass uns erst einmal nach hause gehen, aha, Reikenburgern, ach, wenn da hätte ich es vergessen, ist mir wirklich fast entfallen, wenn du auf die Erde rumrollst, musst du noch ein paar mehr Dinge beachten, du kannst keine Objekte aufrollen, die größer sind als dein Katamari, stößt du mit größeren Objekten und Mauer zusammen, fallen Sachen ab, seltene geformte Objekte, dass du unregelmäßig wirst, ok, die sind ja schon, bis dein Katamari groß genug ist, kannst du sich bewegende Leute und Fahrzeuge nur anrollen, nachdem du ihnen zusammengestoßen bist, die meisten Tiere, auf kleine Stufen kannst du deinen Katamari einfach hochrollen, ah ja, möchtest du das Tutorial erneut anschauen, auf gar keinen Fall, 10 cm oder, das war das erste Ziel, aber es ist nicht sonderlich aufregend oder, nächstes Mal wollen wir einen viel größeren, das was du am meisten gesammelt hast, ist genial, auf der Erde gibt es unglaublich viele Dinge, achso, Snacks erwecksammelt, das zwei sind Schreibwaren, drei das Notwendigkeiten, wir entlassen ihn jetzt in den Himmel, Unscher Freischt, es kommt ins Rollen, Platz für Dessert, 10 cm, ok, wir können das Menü wahrscheinlich, was, du hast deinen eigenen Planeten vergessen, das ist, glaube ich, das Menü, tatsächlich ist, das ist dein Ernst, du bist also nicht nur mickrig, sondern auch noch lahm, als Eltern fühlen wir uns dafür teilweise verantwortlich, oh weh, das ist dein Heimatplanet, der Planet auf dem du lebst, hier kannst du die Sterne betrachten, das Spiel speichern und viele andere Dinge tun, du kannst sogar die Erde und den Weltraumpilz besuchen, indem du einfach die Code in der E drückst, roll deinen Katamari über die Erde, besuch den Weltraumpilz, um dich mit deinen Cousins zu messen, und das war's schon, eure Kleinigkeit strengt dich an, also, eure gestige Abwesenheit, bitte speichere das Spiel auf den Heimatplanet, wo du es beendest, und das Spiel beendest du uns, entsprechend wird der Fortschritt nicht gespeichert, ok, jetzt können wir laufen, Geschenke, jetzt können wir die Ton mal ein bisschen einstellen, die Hintergrund mal deutlich besser stellen, und dann können wir hier, so ist ja doch angenehm, das müssen die OBS nur noch, Sekunde, ein bisschen an Lautstärke schrauben, so, jetzt ist das wieder, um vernünftigen Level, und das können wir wieder, das können wir auch ein bisschen leiser machen, sehr schön, Sternbild ansehen, ok, einen Stern haben wir geholt, zehn Zentimeter, noch nichts gefunden an Geschenken, es hat jetzt knapp eine halbe Stunde gedauert, fast eine halbe Stunde, bis wir hier ins Menü kamen, Steuerungseinstellungen, Einspieler, normale Steuerung, ja, damit wir nicht klarkommen, Vibration aus, Gamepad Keynes, einfache Steuerung, normale Steuerung, ok, Fenstermodus, ah, jetzt können wir hier endlich auf Vollbild stellen, ah, sehr schön, Auflösung ein bisschen, Vollbild, so muss es sein, schön aufgelöst, auf Vollbild, schön erkenntlich, Tastenbelegung, oh ja, jetzt können wir hier, W, A, S, D, ja, mit W, I werde ich mich, glaube ich, gewöhnen müssen, jetzt können wir uns durchgehen, was wir uns durchgehen, lassen wir erstmal so, jetzt hatten wir schon, was haben wir hier, Daten, nochmal speichern, haha, nachspeichern, keine Daten, beim M können wir noch speichern, beim O, Q, speichern beim Na, sprechen abgeschlossen, nein, oh nö, ist das Spiel beendet, ich habe hinein geklickt, wenn es gespeichert hat, hoffentlich hat es gespeichert, können wir jetzt nochmal wieder rein, ja gut, mein Bäcker, nachdem wir, ich sage diese Geschicht an, Bible pass auf, Puh, auf, Puh, allesاغ peoples durchgehen, und dann haben wir gespeichert die Lampe, weil es tue, was anderes aufpasst, kennen wir 75% ohne till dessen n acho, Die Musik ist wahrscheinlich sehr laut. Ich hör mal selbst rein. Die Startmusik ist laut. Sehr laut. Äh, was? Ich möchte kein neues Spiel starten. Oh Gott. Das ist ja katastrophal. Das ist ja katastrophal. Durchs Messer. Na, fortsetzen. Ja, na, 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 na. Warte gehts. Oh, jetzt haben wir hier mal. Ach, ist vernünftig laut. Ich bin sehr leise. Mal gucken, dass jetzt hier schon wieder. Wieder auf dem Heimatplaneten. Und ich guck mal kurz. Warum bin ich so leise? Eigentlich müsste ich ja, das müsste gehen, oder? Ich finde, ich bin da beim Mikro irgendwas kaputt ist. Eigentlich alles noch beim Alten. War ich die ganze Zeit so leise? War ich die ganze Zeit so leise? Na, jetzt bin ich zu hören. Na, jetzt bin ich zu hören. Hm. Na ja. Ich denke, das wird gehen, wenn wir nachher eine Aufnahme sehen. So, dann willkommen zurück. So, dann haben wir die Daten. Okay, was haben wir noch nicht gesehen? Hier, die Sammlung. Objekte. Eigentlich haben wir Obst, 5%. Snacks, 96%. Modell, 11%. Schreibwaren, 10%. Speziell, 8%. Notwendigkeiten. Und was auch immer du unter Notwendigkeiten verstehst. Posts, Werkzeuge. Oh, ein Mensch haben wir hier. Arbeiter. Aha, die Ameise haben wir jetzt als Arbeiter. So. Sehr schön. Rot haben wir wahrscheinlich erst die Erde. Haus. Okay, dann können wir noch zu anderen Orten auf der Erde kommen. Sehr schön. Eine größte Tabelle haben wir hier. Am kleinsten. Extrem klein. Was ganz Großes haben wir noch nicht bekommen. Da gibt's. Ah, ja. Wir waren erst 10cm groß. Ich frage dir. Ah, die Nagellachdings. Das war... Namen haben wir hier noch. Ah, wir sind Königin. Ah, sehr schön. Ja, das hatten wir schon. So, mit I und Q können wir hier noch weitermachen. Können den Ton noch ein bisschen lauter machen. Oder so. Können wir jetzt zur Erde. Dann noch ein bisschen weiter spielen. Erschaffe einen Stern 2. Okay, machen wir das. Spielen wir hier weiter. Mangan Dang Stang Galipro. Was auch immer. Warst du schon mal auf den Philippinen? Von gestern haben wir dort einen Zwischenstopp hingelegt. Und hoffentlich kannst du uns besuchen kommen. Während du rumrollst. Wenn es möglich ist. Oh ja. Ein königliches Geschenk für den hart arbeitenden Prinzen. Genau das dachten wir auch. Während wir mit deinem Geschenk fangen spielten. Und da fiel es hinunter auf die Erde. Fiel einfach so. Es muss irgendwo da unten sein. Rollen es doch bitte mal mit auf. Und du siehst. Und dient gerne. Schick Sachen zur Erde. Heute wirst du ins Innere eines Hauses rollen. Peter Amari sollte vielleicht ganze 20 cm umfangen. Wir glauben für 7 Minuten in Erdenzeit an dich. Viel länger kann man aber selbst von King of Orkosmos nicht erwarten. Das erwartet. Da werden wir schon kriegen. Irgendwo wird Zeit dann knapp. Da müssen wir dann schnell rollen. Aber okay. Wir freuen uns auf deinen Katamari Zwergprinz. Irgendwann wird es dann stressig. Ich denke für den Anfang. Und eine Ameise gesammelt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen effektiver arbeiten. Die 7 Minuten vergehen schneller als man denkt. Okay das können wir noch nicht. Das ist schon 6 cm. Warte, welche kommt auf den Pachino Kugeln. Okay. 5 Gen Münzen. Aha. Es geht nochmal locker hin. Streckhürze. Das sagte er. Es geht nochmal locker hin. Soldat gesammelt, zieh mal hoch, meine Mission ist in das Haus rein, okay, da müssen wir mal, aha, okay, wir können jetzt die Sachen aufheben. Dadurch wird er unregelmäßig, aber größer, nein, nicht wirklich, irgendwie nicht, habe ich das Gefühl, der müsste noch größer werden dadurch, oh nein, so wird das nichts. 7,7, oh nein, der Zug geschleudert, hier kommt er bestimmt hoch, hier, hier, hier hoch, nicht, wunderschade, es dauert nie zu lange hier, wir werden und werden nicht größer, müssen größer Sachen aufheben, ein Mandarinen Stück, dürfen vor allem nicht verlieren. Wir haben noch einiges an Zeit, aber trotzdem sollten wir hier mal, irgendwann können wir mal Schnecken aufheben, für die Sammlung, 9 cm, äh, es ist, wir haben gleich die Hälfte der Zeit vorbei, wird vielleicht doch ein bisschen eng, ah ja, überlancierspielzeug, hm, nur 10 cm größer, mach ihn größer, ah ja, das war mein Ziel, oha, das geht aber richtig zur Sache hier, kann ich richtig Sachen aufheben, oha, oha, ein Pfeil, Radiogummis, oha, Ratsfummis, 12 cm, dann komm, wir haben nicht mehr viel Zeit, 13 cm, wir sollten mal versuchen, hier hoch zu kommen, jetzt essen oben, muss ich irgendwann aufheben können, denn eine Wurst haben wir schon aufgehoben, 15 cm, dann kommen, 2 Minuten haben wir noch, Karten sammeln, auch hier, das ist Verscheinung, das wir vergessen können, ah, hier ist Mensch, Mensch, jetzt Kinder, 17 cm, das ist eine Minute Zeit, na, das wird knapp, das ist eine Minute Zeit, na, das wird knapp, hier, wir sollten hier nochmal hoch, vielleicht finden wir da noch was, ich verliere sogar noch, na, komm hier, Oha, hier kann man raus, so wusste ich gar nicht, na komm, 20, sehr schön, Katamari ist 99 mal so groß, ach was für ein bezaubernde Katamari, das war knapp, ach, nicht viel größer, aber trotzdem leicht und gut bekommlich, wir hätten trotzdem lieber einen viel größeren, einen besseren Katamari, wir lassen sich jetzt arbeiten, okay, 20 cm habe ich doch erreicht, 21, und noch ein paar Lollis mit aufheben, noch Pinsel, 23, Zeit ist um, wir haben uns beim Zuschauen genug gelangweilt, wir verziehen uns wieder in den Weltraum, Königlicher Regenbogen, 23,7 ist doch nicht schlecht für den Anfang, 23,7 mm, oder, das war das erste Ziel, aber es ist nicht sonderlich aufregend, oder, nächstes Mal wollen wir, einen viel größeren, das war, das was du am meisten sammelt hast, ist, Spielzeit haben wir gesammelt, mit zweitens Schreibwaren und Notwendigkeiten, genial, auf der Erde gibt es unglaublich viele Dinge, und wir entlassen ihn jetzt in den Himmel, und zwar freigeschaltet, rollender, freigestaltet, oh Gott, dieser Versprecher, Achievements, oha, eine Zwischensequenz, eine Kübel Zwischensequenz, komm mit, Zeit zum Gehen, gut, E-Meldung, alle Sterne vom Himmel verschwunden, der Grund dafür wird untersucht, Wurzelt so verrückt, Ahja, das würde ich gerne mal speichern, vielleicht nicht sofort das Spiel beenden kann, Spiel abgeschlossen, Nein, so, ich würde mal sagen, wir machen eine kurze Stream Pause, und spielen dann gleich weiter auf dem Heimatplaneten, gehen wir nochmal auf die Erde, und schauen da mal, was es im nächsten Level zu Kriegen gibt, und wie viele Katamaris noch rollen müssen, ja, ich würde sagen, bis gleich, so, willkommen zurück, zurück im Spiel, so, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal hier nach, auf dem Pilz, ein Wetter und Croissant ist eingetroffen, äh, ok, äh, nö, mit Rompilz, verstehe ich nicht, ok, also, ich könnte mal Multiplayer spielen oder so, ahja, ok, was haben wir hier, einen dritten Stern, Stern 2, Stern 1, ich hoffe den Krebs, äh, was, ach so, den Krebs, warum nicht, hm, nein, hier passt was nicht zusammen, oh ja, das ist das, der Himmel sieht einfach nicht lecker aus, absolut fad und schmacklos, alle haben noch Hunger, siehst du das nicht, Dummerchen, wo wir gerade von Leckereien reden, wir sehen, wir sehen Krebs, ganz klar, viele Krebs, schicke Sachen zur Erde, ah, ok, hm, sieht lecker aus, aber nein, nein, jetzt noch nicht, dummlich sein ist eine Tugend, trotz, äh, Konzentration, wir müssen uns konzentrieren, um den Lecker und Krebs überhaupt zu fertigen, dann musst du nur ganz, ganz viele Kram aufrollen, ok, schauen wir mal, du hast sieben Minuten, wir freuen uns schon auf einen Katamari, der uns das Wasser am Mund zusammenlaufen lässt, ok, wir sammeln uns einen Kram Katamari, Spinner, ein Reisgum auch mit dazu nehmen, ah ja, eine Schere, dann wird ein scharfes Gericht, mit Tomaten, Krabbe, Tomaten sammeln, wir werden wahrscheinlich verkackt, weil wir hier nicht, weil wir hier viel Bullshit mitgenommen haben, und hier gibt's Kram, und Spinnen, keine Wienkram, aha, ok, 35 cm haben wir schon, ein paar Scheren mitnehmen, und ein paar Schäme, die roten Kram können wir jetzt mitnehmen, eine Zeitung, sehr schön, sehr schön, mal schauen, wie die Bewertung dann im Nacken werden wird, wenn wir so viel Müll hier aufheben, wir haben ein bisschen Essen, was wir mitnehmen können, ein bisschen, eine grüne Kram haben wir mitnehmen, eine grüne Kram haben wir mitnehmen, ein bisschen Tomaten können schaden, und macht das Ganze gesünder, ein paar Kartoffeln oder so, so, ah ja, wie groß muss das Ding bald werden, so, 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 Schäme noch viel größer, so, 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 okay, so, 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 3 Minuten Zeit haben wir noch Jetzt haben wir einfach alles ein, was wir kriegen können Oh nein, wir stecken fest Hier geht es noch lang Da kommt was Okay Dann werden wir mal am besten raus Wasserpistole Ich weiß nicht, wo wir das Limit schaffen können Das ist ja dann enttäuscht von uns, der König Wenn wir hier nicht genug kriegen Das ist bestimmt sowieso schon Weil wir viel Bullshit eingesammelt haben Ah ja Ja Der ganze Katamari Geht nicht mehr viel Die Eimer können wir einsammeln Okay, nicht mehr viel Zeit 58 Kinderschuhe Die Eimer hoch Na komm, 60 müssen wir doch kriegen Und das kriegen wir doch hin, oder? Sieht nicht so aus Hier oben die Föhne noch 59 55 Oh nein Mit der Endroller Mit der Endroller Sehr aristokratisch 59,7 Oh wow Sieht unglaublich deliziös aus Irgendwie auch etwas ungewöhnlich Aber egal Na dann Holen wir uns den negren Regenbogen zurück Hat also überreicht Fast 60 cm Ja Sehr gut Das sieht nicht schlecht aus 60 61 62 63 64 65 Oh 83 Gramm Na also Das sieht vielversprechend aus Stellenblick 83 Von 62 Prozent Was Okay Damit lässt sich jeder Magen stopfen Und zwar ruckzuck Etwas Platz wollen wir ja noch lassen Dennoch Na dann Und wir entlassen nicht in den Himmel Errungstück freigeschaltet Krustentiersammler Ah ja Ah da haben wir das erste des Sterns durch den Krebs Oh ich kann es fühlen Ah ja Okay Für den Kosmos Oh je Der Krebs kann zurück krabbeln Das ist ja auch lecker Ah ja Okay mal kurz gespeichert Jetzt müssen wir den dritten Stern erschaffen Das ist sehr gut Jetzt müssen wir den dritten Stern erschaffen Jetzt müssen wir den dritten Stern erschaffen Sehr schön Moat Hard Warst du schon mal in Portugal? Wir waren gestern dort Hoffentlich kannst du uns besuchen kommen während du rumrollst Wenn es möglich ist Oh Fast wäre es uns entfallen Oh ja Ein Königliches Geschenk für den Hard arbeiten konnten Genau das dachten wir auch Aber wir haben es auf die Erde fallen lassen Es gibt Es gab ein Problem Und Dabei ist es uns entflitten Es muss irgendwo da unten sein Dann roll es Doch einfach auf Und du siehst es Okay Wir hatten glaube ich Den letzten Tag hatten wir schon Geschwenker Aber es passt Okay Heute wirst du In der Stadt herumrollen Der Katamari sollte vielleicht Süße 50 cm herumschließen Oha Das wird schon eine Challenge Geben dir dafür neun Minuten Ehrenzeit Viel länger kann man aber selbst vom King of the Old Christmas nicht Aber das ist einfach gut Wir freuen uns schon auf den Katamari Okay Fangen wir mal damit an Wir fangen ja bei 10 cm an Okay Dann müssen wir mal ein bisschen Sammeln Mistkäfer wird uns blockieren Magnet Magnet Blümchen sammeln Okay Das kann man logischerweise noch nicht Oha Turbo Power Etwa Zahnbürsten Und Gurken Oha Turbopower Ein paar Zahnbürsten Und Gurken Oh je Letzt späts Was machst du denn hier noch mal denn etwas zu spät. Wenn du etwas rumfließen siehst, rolle es einfach ein, bevor es wegkommt. Das war unser Geschenk oder was? Wir werden das Mutter berichten. Schönes Geschenk übersehen. So ein Mist aber auch. Das Auto können wir noch nicht aufrollen. Ein paar Mäuse. Die Katze können wir noch nicht. Oder mein Ninja-Sterben. Buch-Sterben. Größer, größer, größer. Es ist zu mitnehmen. Der Sundi ist immer noch zu groß für. Oh, ein paar Arme-Vögel. Mistkäfer haben wir hier. Da kommt was. Ah ja. Die Hälfte haben wir. Oh je. Wir sind aber nicht einheitlich gut so geworden. Deswegen. An bestimmten Stellen können wir noch nicht mehr lang. Aber wir können im alten Gebiet noch Sachen aufsammeln. Die wir vorher nicht kannten konnten. 30. Ok, das können wir hinkriegen. Wo kommt was? Ich sehe das ja selten. Ok, hier oben weiter rollen. Hier malt hat er noch. Überraschungskapsel. Ok. Das können wir noch nicht aufrollen. Schade. Haben es da auch noch nicht. Ok, kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Hier kommen wir hoch. Hier kommen wir hoch. Hier kommen wir hoch. Hier lassen wir uns in Frieden. Ok, keine Schaufel. I don't care. Ok, 40 cm sind wir schon. Das müssen wir uns anzulegen. Hier kommen wir hin. Hier kommen wir noch ein bisschen. Ok, jetzt kommen wir hier hoch. Die Affen können wir noch nicht aufsammeln? Aber hier können wir etwas aufsammeln. Bestand die ganze Zeit, na komm, ich komme den 50 Zentimetern schon ziemlich nah, wir müssen mal hier, ja, ein bisschen ausrichten, und dann können wir bestimmt noch ein bisschen was, ein kleines Vieh aufsammeln, ein kleines Vieh aufsammeln, ein kleines Papier, Flaschen, aufgeben, aufwärts, 49, 50, na komm, 50, prima durch die Erfolge, fast am Ziel, 50, Stiefmütterchen, was für ein bezaubernder Katamari, mal Fallout, mal Schüchtern, jetzt bist du schon weit gekommen, da würden wir uns riesig über einen großen, super netten Katamari freuen, wir lassen dich jetzt arbeiten, also den Rest der Zeit können wir jetzt hier, eine Katamari vergrößern, das wäre natürlich großartig, na komm, ich gehe nochmal nach oben, ich denke, oben haben wir noch Möglichkeiten, hier gibt es einen Dahlen, Kartoffeln, eine Kabbe, hier gibt es einen Dahlen, Kartoffeln, eine Kabbe, die können wir nicht sammeln, aber schön die 53%, die 50% behalten, wir schaffen auch noch die 55%, ja 55%, sehr schön, den Affen noch, den Affen haben wir, hier, wir machen nicht so einen Lärm, 56, 58, fast 60 haben wir geschafft, fast 10 mehr, also schön genug jetzt, uns ist gerade eingefallen, was wir noch tun müssen, wir ziehen uns wieder in den Weltraum zurück, Königlicher Regenbogen, ich kann laufen, sehr schön, 58 cm und 1 mm, oder, das war das erste Ziel, aber es ist nicht sonderlich aufregend, oder, nächstes Mal wollen wir einen viel größeren, immer mehr erfordern, immer mehr und mehr, immer mehr und mehr, 50,1, 7 Minuten, 20 Sekunden, Objekte 320, Spielzeit haben wir gewohnt, Japanisches Essen und Kochen, Genial, auf der Erde gibt es unendlich viele Dinge, wir lassen jetzt in den Himmel, Errungenschaftsfrei geschaltet, zum ersten Mal draußen, äh, ok, ja, gleich nochmal speichern, und dann ins nächste, Kapitel, ein Nachsprecher-Raw, so, in der Sammlung können wir woanders nachgucken, 2,2, weiter, und nochmal auf die Erde, Einen vierten Stern müssen wir erschaffen, und na dann, auf geht's, Buenos Dias, nun warst du schonmal in Spanien, das ist unsere Heimat, hoffentlich kannst du uns besuchen kommen, während du rumrollst, wenn das möglich ist, ach, fast hätten wir es vergessen, oh ja, ein Königliches Geschenk, für den Körper, Wettenprinzen, wir haben bisher noch kein einziges Geschenk gesammelt, das sollten wir, das wollten wir besorgen, als es auf die Erde verloren ging, ah ja, die Sachen zur Erde, heute wirst du ins Innere der Erde rollen, 10 Minuten, 10 Minuten, ok, vielleicht kann er aber selbst so ein Künftiger, ja ja, ok, einen Meter, äh ja, und wie groß soll er jetzt werden, ah ja, 1 Meter, ok, bisher sind wir am Zentimeter gewachsen, im Bereich Blumen, das wird extrem, auf das Schaffen, das wird extrem, auf das Schaffen, soo, dann sammeln wir mal ein bisschen was, ich glaube wir müssen dann wieder hoch, sonst wird das nix, oh nein, hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier, und dann hoch, oh je, das wird hier gar nicht wirklich was, die kommen auch nicht vorbei, oh nein, wir verlieren ja sogar noch Sachen, so, wo können wir hier lang, hier können wir hoch, sofern wir groß genug sind, um das einzusammeln, das geht jetzt deutlich langsamer, ich werde mal gucken, was dort ist, nix, aber hier können wir hoch, oh, ein Stück da, ah ja, das schaffen wir nicht in der Zeit, den Meter, da war jetzt 32 mal so groß, nur 10 cm machen wir noch größer, ich weiß, das Ratenhaus, noch ein paar Raten mit dazu, 15 cm, jetzt hier hoch, aber jetzt können wir hier hoch, sehr schön, jetzt können wir hier lang, können raus, okay, da sind wir nicht groß genug, um die Vögel aufzurollen, ok, das geht ja immer sheinbar viel langsamer, wir haben eigentlich nicht mehr die Zeit, wir müssen mal ne bisschen schneller sammeln, Das glaube ich. Ok, das können wir nicht. Es sind 14cm, wir sind noch weit weg von einem Meter. Das kann nichts werden. Wir werden so angegriffen, dass wir sogar Sachen verlieren. Das ist das Ding. Ist ja auch eine Katze. Was haben wir hier? Ein Sparbuch. Ok. Hier können wir noch nicht aufheben. Hier können wir vielleicht durch. 20cm. Ja gut. Dann müssen wir noch sammeln. 10 Magneten. Dann gehen wir uns weiter. Ok, mühsich ernährt sich das Eichhörnchen. Also in der Zeit wird das glaube ich relativ schlecht. Das waren die Meter reichen. Da glaube ich fast nicht mehr dran. Wir müssen erstmal die 20cm erreichen. Und dann hoch. Da kommt. Wir fahren hier an. Wir fahren hier an und fahren hier an. Wir fahren hier an. Die Bälle. Drei Minuten noch. Das schaffen wir niemals. Wir fahren hier an. Ok, sind wir hier schon verkacken? Oder was? 15 cm und 2 Minuten noch. Oh, die Vögel können wir noch nicht. Na komm, hier. Ok, da hochkommen wir wohl nicht mehr. Hoffnungslos. Nie und wie bin ich da am verkacken. Das ist eine Minute übrig, ich weiß. Ich habe gefehlt. Eine Mandarine. Das wird hier schon ein bisschen schwieriger. Das wird hier heute nichts mehr. Mal gucken. Am nächsten 15 cm. Damit kriegen wir hier keinen Abschluss in diesem Kapitel. Kapitel. 15,6. Oh wei. Was ist das denn? Unser Sehvermögen. Das Beste überhaupt. Trotzdem können wir dir nicht sagen, wo der Katalon ist. Ist das vielleicht, weil er so klein ist? Zumindest. Ah ja, wir verstehen. What the fuck? Was passiert hier? Der aktuelle Trend dieses Minimalismus sind. Der Prinz musste ja irgendwann ausprobieren. Wie konnte er es auch nicht? Er ist ja ein sehr moderner Prinz. Aber wir akzeptieren keine modernen Trend gegen Prinzen. Bitte verschwindet. Los, los. Weg mit euch. Auf Wiedersehen. Gehen wir jetzt Game Over oder was? Oh je. Was war das für ein Horror Ending? Wir spechern es trotzdem mal. Wir spechern. Wir spechern trotzdem. Oh, ok. Spiel beendet. Auch gut. Standst du noch mal in den lauten Bildschirm. Laut. Aus. 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 Jetzt haben wir hier nur den vierten Stern, der einen Meter groß werden soll. Wir können es noch einmal versuchen. Und das verkehren müssen wir leider. Das ist ein Ohr führend. Nein, das ist knifflig. Ein Meter. Zehn Minuten. Ah ja. Ich kann mir jetzt taktisch drangehen. Ich muss mal ein paar Kisten einsammeln und so. Oha. Vielleicht schaffen wir es jetzt besser, wenn wir ein bisschen taktischer drangehen. Okay, die können wir noch nicht sammeln. Erstmal hier oben. Sachen sammeln. Hier gibt es noch Sachen. Na komm. Sieben Zentimeter haben wir schon. Noch keine Minute vorbei. Noch keine Minute vorbei. Nein. Nein, ich will noch nicht runter. Sehr schön noch sammeln. Ob das noch gehen können. Hier die Radiergummis. Da haben wir jetzt schon fast zwölf. Dann kann das doch was werden. Okay. Oder nicht. Roter Stein. Legos eingesammelt. Das Haus gehört uns. Das Haus gehört uns. Na komm. Das Haus gehört uns. Tsachen sammeln. Ratteln. 15,2. Es ist blockiert, da können wir nicht hoch, aber wir können hier noch mal rein, hier können wir noch mal hoch. Ah ja, hier können wir jetzt, da sind wir ausgegangen, das letzte Mal. Stellen wir uns, glaube ich, ein bisschen besser an. Sagt ihr doch und steckt sich hier zwischen fest. Na komm. So konzentriert. Wir hätten da oben noch einsammeln müssen. Und die Piepmatze können wir noch nicht. Nein, wir hängen zwischen den Piepmatzen fest. Golfbälle. Böse Katze. Böse Katze. Oh, ich glaube ein Meter ist neuer. Schnell auf die Reaktion. Aber mit 20 cm kommen wir dann dort unten durch. Oh nein. Was passiert uns? Wir sind von der Katze teleportiert worden. zu Magneten. Wir sind nicht fast zu groß wie die Bären. Wir müssen uns Bären holen. Was machen diese verdammten Bären hier? Was machen wir hier? Wir gehen hier nicht ab. Wir sind gegen Ärger mit unserem Horror. Mit unserem Rahmenvater. Okay, fünf Minuten Zeit haben wir noch. Okay, das ist... Soll ich nach außen noch mal den Meter verzichten? Nein. Böse Katze. Oh, das ist Katze. 17 cm. Die Vögel sind aus irgendeinem Grund immer noch. nicht dünn ist. Die Pistolen auch. Ich weiß nicht, ob man es besser anstellen könnte. Ein paar Magneten. Da sehe ich Melonen. Das ist 1,6 und die haben noch 3 Minuten. Gurken einsammeln. Vielleicht bringt uns das weiter. Carambolage. 1,6 kommen nicht wirklich voran. Wir verlieren sogar 17,5, 17,4. Weil wir hier auch immer abgewehrt werden. Weil wir hier immer 16,8, 16,7 werden. Kleiner. Kriminell. Warum das hier holen? Müsst ihr uns doch größer machen. Ich bin doch noch hier zu oft gegen. 7,1 wieder. Wir schaffen immer die 20 cm. 20 cm. 20 cm. Nie im Leben. Kleiner Peter. Der Mauer. Dich selbst. Leck mich. Der kleine Teddybär. Das ist doch Alptraummaterial hier. Das fing so gut oder diesmal an. 2,7. Ich weiß, dass ich noch eine Minute habe. Das bringt aber nichts. Ich weiß nicht, wieso ich faile. Ich weiß nicht, wieso ich faile. Ja, wegen der Katzen, doch. Ich weiß, wieso ich faile. Wegen den Drecksdingern. 18 cm. Na komm. Vielleicht können wir wenigstens den Höchstwert hinbekommen. Ich verzweifle hier. 18 cm. Immerhin. Nein, das kann man nicht kriegen. 18 cm. Na komm. Behalte ich. 18 cm. Wenigstens. 18,2. Mit dem Grund. Mit dem Planeren hier jetzt schaffen wir das vielleicht. Jetzt kommen wir wieder an. Auf dem Robo. Dad. Ach Mensch. Ja gut, spechern wir das mal ab. Ja gut, spechern wir das mal ab. Ja, beenden wir mal das Spiel. Hier. Ja, danke fürs Zuschauen. Habt noch einen Tag. Haut da rein. Zum Abschluss nochmal das hier. Ne, nicht das. Das ist auch. Das ist sehr laut. Das ist auch gut. Ja gut. Ich quere euch nochmal ein bisschen mit Musik. Hier das sehr schöne Intro. Zum Schluss nochmal. Zum Schluss nochmal ein sehr schön in Anführungszeichen. Ja. Ein kleines extremes Erlebnis heute. Fast 2 Stunden waren getestet. Ja, so ist auch reichend. So ist reichend für heute. Genug gerollt. Danke fürs Zuschauen. Darf ich nach oben. Glocke aktivieren. Wenn ich das Video lade. Darf ich nach oben. Abo da lassen. Boah, ich bin fertig von diesem Spiel. Fix und fertig. Habt noch einen tollen Tag. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lass ein Follow da auf Twitch. Schaut auf Twitch vorbei. Ich mache das jetzt hier zu Ende. Ich mache ja Stream vorbei. Nein. Reden kann ich auch nicht mehr. Ja. Haut da rein. Tschau. 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 Tschau.